Wenn auf dem Dessau-Friederikensportplatz die Bogenschützen aktiv sind, heißt das zum einen, dass der TSV Einheit Dessau zum Turnier geladen hat, zum anderen, dass mit Sicherheit wieder der ein oder andere Landesrekord fallen wird. Die Bedingungen in Dessau-Snorden sind einfach unschlagbar. Am Sonntag spielte sogar das Wetter mit. Nachdem es gestern ja noch in Strömen gegossen hat und für morgen auch nicht das prima Wetter angesagt ist, waren unsere Bogenschützen von nah und fern froh, dass heute wirklich die Sonne scheint. 60 Schützen aus ganz Sachsen-Anhalt, aber auch Frankfurt oder Leipzig, von jung bis alt, schossen um die meisten Ringe. Es geht einfach um den Spaß am Schießen, ist klar. Aber es gibt auch viele Schützen von nah und fern, die dieses Turnier als Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, beziehungsweise in Brandenburg müssen sie sich auch noch aufgrund der Vielzahl von Schützen dort erstmal für die Landesmeisterschaften qualifizieren und wollen dementsprechend ein Ergebnis haben, was ihnen die Möglichkeit gibt, dort eben zu starten. Insgesamt wurden am Sonntag 15 neue Landesrekorde aufgestellt. Einer vielleicht sogar für die Ewigkeit. Der Wackerslebener Hartmut Stöter knackte einen fast 19 Jahre alten Landesrekord und schoss mit seinem Rieckhörf-Bogen in der Klasse Ü55 1088 Ringe. Am kommenden Wochenende steht für die Bogenschützen der Hobusch-Wanderpokal des BSC-DESA auf dem Programm. Beim TSV Einheit denkt man aber auch schon weiter. Für uns steht schon als nächstes in drei Wochen die Landesmeisterschaften der Bögen ohne Visier an. Da der Landesverband sehr kurzfristig dann doch noch einen Ausrichter suchte, haben wir uns bereit erklärt, weil wir Anlage und Material zur Verfügung stehen haben, dass wir das übernehmen. Wird nicht ganz so ein großes Turnier wie heute, etwas kleiner, aber wir freuen uns schon drauf. Und ansonsten, unsere gewohnten Turniere gehen ja dann erst Ende des Sommers wieder mit dem Nachtschießen und dem Herbstpokal weiter. Am Sonntag blieb im Übrigen kein Pokal in Dessau-Roslau, was aber auch an der mangelnden Teilnehmerzahl lag. Der Wanderpokal-Erwachsene Rieghürf ging nach Leipzig. Im Compound-Bereich verteidigte Lindenberg erfolgreich und bei den Kindern Rieghürf konnte nach längerer Zeit auch wieder ein Pokal vergeben werden. Der Gewinner kommt aus Kuhfelde.